Thomas Howard XXI, Earl of Arundel K.G. war ein englischer Adliger während der Regentschaft König Jakobs I. und Karls I. Er bekleidete wichtige Ämter und führte für das Königshaus viele diplomatische Missionen auf dem europäischen Kontinent aus. Der Nachwelt wurde er jedoch weniger als Politiker denn als Kunst- und Antiquitäten-Sammler bekannt. Besonders hervorzuheben ist seine Beziehung zum flämischen Maler Antonis van Dijk der auf seine Veranlassung hin erstmals 1620 nach England kam. Nach nur einem Jahr trat er in die Dienste Jakobs I. und nahm Aufträge der herausragenden Männer des Hofes entgegen. Unter Karl I. wurde van Dijk geadelt. Leben Howard wurde in relativer Armut geboren da seine Familie die Hoards gegen Ende der Regentschaft Königin Elisabeth in Ungnade gefallen war. Er war der Sohn von Philip Howard, 20, Earl of Arundel und Anne Dacre, einer Tochter von Thomas Dacre, Baron Dacre. Seinen Vater kannte Howard nicht, da dieser bereits vor seiner Geburt wegen Hochverrats angeklagt und bis zu seinem Tode im Jahre 1595 im Tower of London inhaftiert war. Unter Jakob I. gelang es Howard's Großonkeln die Familie Howard wieder hoffähig zu machen. Howard erhielt 1604 seine Titel und Teile der Ländereien zurück. Im nächsten Jahr heiratete er Lady Alatea Talbot, die jüngste Tochter von Gilbert Talbot, Earl of Shrewsbury und Enkelin von Bessonf Hartwig. Lady Altis Erbe bestand aus riesigen Ländereien in Nottinghamshire, Georgetown und Derbyshire, die auch die Stadt Sheffield einschlossen. Es bildete den Grundstock des Vermögens der Hurworts. Trotz der enormen Einkünfte aus den Ländereien war Howard aufgrund seiner Sammler-Tätigkeit hoch verschuldet. Von 1622 bis zu seinem Tode hatte er das Amt des Earl Marshal-Innen. Von 1640 bis 1644 war er außerdem Lord Stuart of Allhausholt. Er begründete damit die Tradition, dass das Amt des Earl Marshal stets von einem Mitglied der Familie Howard ausgeübt wird. Später wurde es dann erblich. Während der Herrschaft Karls I. diente Howard mehrfach als Gesandter an kontinentalen Höfen, was sein Interesse für Kunst weckte. 1642 begleitete er die englische Prinzessin Maria Henrietta Stuart zu ihrer Heirat mit Wilhelm II. von Oranien nach Holland. Aufgrund des sich bereits andeutenden englischen Bürgerkriegs zog Howard es vor, nicht nach England zurückzukehren. Er lebte zunächst in Antwerpen, bezog später eine Villa nahe Padua, wo er 1646 starb. Sein ältester Sohn Henry Frederick Howard erbte den Titel eines Earl of Arundel und wurde an Herr der Dukes of Norfolk und der Barone Mubrey. Der jüngste Sohn William Howard, Viscount Stafford, wurde an Herr der Earls bzw. Barone Stafford. Howard machte wiederholt Eingaben beim König, die eine Wiederherstellung des Familientitels Duke of Norfolk erbarten. 1644 wurde ihm zumindest der Titel eines Earl of Norfolk verliehen. Erst seinem Enkel Thomas Howard wurde der Titel des Duke of Norfolk wieder zuerkannt. Kunstsammler und Förderer Howard gab bei Meistern der Periode wie Peter Paul Rubens, Jan Leifens und Antonis van Dijk mehrere Porträts seiner selbst bzw. seiner Familie in Auftrag. Er kaufte auch Werke von Hans Holbein und Adam Elsheimer. Außerdem war Howard Förderer des Zeichners und Kupferstechers Wenzel Holler, den er 1633 bei einer seiner Reisen kennenlernte und nach England brachte. Der Großteil Howard's Sammlung von Zeichnungen befindet sich heute in der Royal Library in Windsor, Kassel. Seine Sammlung antiker Statuen Englands bedeutendste hinterließ er der University of Oxford. Sie befindet sich heute im Aeschmolin Museum. Er protegierte den Architekten Inigo Jones, der ihn 1613 auf der Hochzeitsreise von Prinzessin Elisabeth und Kurfürst Friedrich V., von der Pfalz nach Heidelberg und weiter nach Italien begleitete. Dort studierte Jones die Arbeiten italienischer Architekten und traf sich mit Schülern Palladius, dessen Lehren er in England bekannt machte. Er hat sich mit Schülern Palladius in der Hochzeitsreise von Prinzessin Elisabeth und Kurfürst Friedrichsreise von Prinzessin Elisabeth und Kurfürst Friedrichsreise von Prinzessin Elisabeth.